Thank you Jesus. Wir sind Survivors. Wir sind nicht Fetter oder Salzfetter. Wir sind Gottfettwanns. Und wenn wir das erklären, dann haben wir das. Die Bibel sagen, wenn wir früher waren, dann haben wir Krieg. Und das ist unglaublich. Gott ist Gold. Wenn wir das nicht kriegen, dann ist das nicht Gottes Schuld. Das wird unsere Schuld sein. Denn Gott fehlt nicht. Ja, und die Bibel sagt so. Gott hat Angst, dass er die Macht gegeben hat. Das einzige Ding, wenn wir die Leute finden, ist, dass Gott einfach gemerkt hat, dass er eine größere Macht hat aus heute. Heute wird der höchste Engel im Himmel, ein Worshipper. Und nun hat Gott wem gemerkt, was er immer anders wird sein. Da können wir uns nicht verdrehen. Und dort sind wir. Und dort können wir nicht verdrehen. Und nun muss ich nur ein Prodeuter versichern, dass dein Follower ist. Aber Gott weiß das danach. Aber Gott weiß das danach. Er hat uns eine Heikermache gegeben aus denen. Und er weiß das durch Jesus Christus, dass wir können. Können ihr Rat war in Frieden sein. Und nun haben wir die Macht vertreten. Und das ist da bloß für dich, wo das auch nicht ein wenig... Und wie an... An Matthäus... Ne, Johannes Treuserstin. Da braucht viele Menschen. Du kriegst euch letztlich immer... Äh... Ne, Uppenbarung, Eva. Da sag ich... Du... Okay, ich warte mal. Wir machen, bläder. Johannes Treuserstin. Gott seine Leufe von dieser Welt ist so groß, dass heute in den Einzigen Seen gehofft, dass all die, die an einem Gläufe... Nie hör ich dir mal. Viele Menschen seien immer, dass Gott auf der Welt so sei geläuf, dass sie in den Einzigen Seen gehofft. Die merken, dass sie hier... For God's soul of the world... Da läuft die ganze Welt. Sonst sagt das hier. Hör ich bloß mal... Hör ich mal duib an hart, was das hier sage ich. Gott seine Leufe von dieser Welt ist so groß, dass heute in den Einzigen Seen gehofft, dass alle die, die an einem Gläufe... Dass alle die, an einem Gläufe... Nicht verlagern, ob er das eure Leben hat. Und sie, all die, an einem Gläufe... Wichtig wird, zum diesen Versch verschwunden, wird wie... wird wie noch einen anderen Versch. Und das Versch, 14. Wie die erste Menschen, die die lesen, bloß den Sausten. Wenn wir den 14 Versch lesen, dann wird wie wenn ein Wotertier sage, Gott... Gott seine Leufe dieser Welt wie so groß. Wenn der 14 Versch sage, und so aus Moses an der Wildnis eine schlaue Hüch abhauf, so macht die Menschen seine Hüch abhauf. Wenn Gott die Israelite durch die Wildnis... Ne, Moses muss die Israelite durch die Wildnis lehren. Der war die Syrbaldischen, so ging er an, und Gott war einfach verdrissig. Der war traurig. Dann leid die mal schlaue kommen, und der war die Biete, und der war alle sterben. Und Gott seine Leufe der Menschen... Er sagte, du wirst Menschen, 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 Und dann leid die Moses, in den Krieg, in den Krieg, oder in den Pool, und dann leid die Abhänge. Und all die Leufe, du wirst Handzeichen, wird es nicht bedroht, wenn die Schlaue, die wird Biete. Sie, und dort zu wein, in den Krieg, so hat Gott die Welt geleuf. Die Menschen sehen, wie sie auch abgehangen war, und wer dort leuf, wird nicht verloren, wenn diese Welt, das Gott sie findet. Die Welt ist kein Gott. Und das wein, dort zu wein, dem war ich rede. Mir war das letzte, und so war klar, von wo, von wo das geredet. So, in, das wiederum, die Luzel an Testimony hier, Gott hat uns eine große Mache gegeben, der sagt, er hat uns eine Mache gegeben, der in den bösen Fienden erreicht hat. Und er hat in dem Sinne Diesternis. Und das habe ich. Wie macht er dort bloß Gläufe? Wenn die Bibel sagt, frage mich, dann wird immer gewaltig, was ich gebe. Aber wenn wir, wenn ich Frau, wenn ich die Spannung mache, Gott, dann hat es voll sich anzufangen, so gut ausgelt. Oder wie, wovon passiert mit diesen Dingen? Und wenn wir in Jeremia, Kapitel 33, Vers 3, du sagst, frage mich, dort, wenn ich die Sache komme, dort, wo die Großworte geht, und verschlügt nicht auf dem Bord, was du noch nie nicht verschlügt hast. Sie, der sagt, wenn wir Frau, wenn ich im Beruf sein, in der Gläufe war, der war ans Großworte die Dinge auf dem Bord. Aber wenn ihr das Fleisch und das die Böse fängt, und der braucht uns dort zu verstehen. So tun wir das, wo wir nicht viel die andere Menschen haben. Aber der braucht uns, an den Tag, wenn wir uns sagen, dass wir das nicht sein sollen, und dass wir das an diesem Leben bleiben. Und das ist wichtig, dass wir viel an den Gebet sein. Matthäus 1220, Vers 49, auch hier, in Stütz, hier noch ein Bibelverfahren. Matthäus 1220, Vers 49, werbt in B, dass die nicht an Versicherung fallen. Sie? Das sagt, werbt in B, dass die nicht an Versicherung fallen. Wenn wir nicht werken, dann war wir an Versicherung fallen, wenn die Böse fängt es einmal durch. Wenn wir nicht vorabstuhlen, dann das Wort sieke. Wenn das sagt, dass die Räume sind, brauner Leib, sondern wir haben die Friede kommen. Und das Wort hat Füßt an, wenn du meinst, dass der Herr Schub einen Hängelbläff, dann wird er diesen, den Ding, wo ich aneignen kann. Wirkt in B, dass die nicht an Versicherung fallen. Die Gäste ist wahrlich, aber das Fleisch ist schwer. Du bist in der Mann, einer vollzieher Kirche, eine vollzieher Kirche, ein Beruf sein, in der Böse-Mogunen, Predigatze, und das ist an der Mann, dass einer, dass er sich, wenn einer würde eine Sini-Gefäule gehen, einer würde nicht mehr beten. Aber was ist, weil wir nicht auf die Fäule beten. Kein, wo wir uns voll. Ich würde nicht, wenn der Sini-Gefäule gehen hat, wenn der vier Dich-Gefäule gebet hat. Und das Fleisch hat in der Walle die Leute, der würde auch nicht so gut wie was sein. Aber der weiß doch bloß, das Fleisch hat keine Kontrolle, hat mir Gott abgeknackt, in der Hölle jetzt regiert an. Und ich weiß, dass Paulus von der Angefängnis wie ein Päutel und all, der wurde treibisiert, da ging ich nicht nur auf die Fäule an. Und weil wir uns die Fäule zu sehen, kann ich nicht, wo wir Fäule Gott zu sagen. Aber wenn ihr dreibt, dann sagt mir, dass er das ist. Dann dachte ich, dass er mit ihm dann sagt er, dass er so klar zu mir hat, dass er sagt, wenn du dir nicht fäules, dann wirst du nicht mit Gott beid. Du hast Gott geändert, aber nicht, dass er nicht. Gott, das leuchtet nicht, wie wir uns das fäule. Aber wir sind hier in dieser Welt, und da sagt, wie wir trübeln haben, und wir wollten diesen jener, der schuf sein gegen uns. Und dann wird mir das sehr klar. Kreuz, nun wird mir voll. Dort hat Gott noch nicht geändert. Gott wird noch geändert. Gott bleibt derselbe Gott. Und das geändert nicht. Wenn wir ins Damm voll leben, dann haben wir das am Unteruch. Und wir können Mut haben. Das sage ich an der Schwarker als der Storch. Philippa, Kapitel 5, Versch, 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 Zeichend am Nösch, Lut Gott mit Bede und Prachere und Damschen sei alles weiter, was ihnen fehlt. Das Versch, das sage ich so viel, wo immer wir Mord haben, da kommen Gott rein oder Handle. Wenn er Zeich mit Bede und Prachere und Damschen sei, da kommen Gott oder Handle. Wie kann er nach dem kommen? Da sage ich, kommt, Brühe, nur mich. Wenn wir hier Sachen an uns, wo es die ganze Föder geht, dann können wir nicht mehr. Nein. Gott kommt an Handle. Das war krank, wenn es geht. Und wenn wir Beruf haben, dann gehen wir in den Lektor sein. Und das sage ich, das sage ich, mit Prachere. Dann gehen wir dort hin. Und das wird uns hier. Und der Versch, Kapitel 6, Versch 18, Das wird alle ein Gebet und bett Gott am Hau. Sie wiesen alle uns ein Gebet an. Wir fangen an, wir fangen an, wir fangen an, und wir fangen an uns vor, und dann sagen, na, woher geht mir das jetzt? Aber ich schon fangen an, wir haben ein Gebet, doch immer. Und das sagt Jesus auch klar, das wird alle ein Gebet und bett Gott am Hau. Und wir haben Gott, und wir haben den Herren, weil der Führer sehen hätte, dass er erneut, über die Hand ein Tischteint anfangs. Und er sagt, bitt mir an, halt. Und wenn ich war am Hauptfräu, dann, wie soll es als Kinder sein? Wenn er das Hauptfräu hat, dann wie soll er es schreien? Halt mich! Wie wollte diese, diese 2-blinge-Mana, wo du blind bist, die können nicht sein. Und wenn der anwartet, dass du vorbeikommst, dann schreit, sagt er. Er schreit. Du darfst ihn sehen, erbohren die Abilanz. Und dann sah er, all die Gänge und all die, was du über den Herden macht, die beschwächte. Hey, hey, zieh stell. Und dann schreit er bloß nach soviel Dollar. Nach soviel Dollar schreit er, und er schreit er in die Haare. Und dann wüsst du, wo du sagst, hey, Jesus ist erbohren die hier bei uns. Wie war all die Halt sein? Nein, tatsächlich, er schreit er. Er war ein Bruch. Er war keine Frage für die Menschen, wo sie da oder wo sie sehen. Er wüsste doch das wie Jesus, und hier können sie Haupt haben. Und er schreit er. Und was, wie, der Bruch hat, und ihm, was, wie er schreit. Und wie war er schreit noch Gott? Gott wird nicht vergift sein. Und er schreit nicht auf dem Menschen. Und er schreit er, was wir noch probieren. Er sagt, wir stehen alle an der깨 und beten Gott auf einmal. Beten einfach die Gäste. Bleiben wakker und geben nicht nur mit Reden. Betet für alle. Dass Gott sich vor der Halt erheb. So wir brauchen nicht bloß für uns zu beten, wir können für die, hier redet ihr nicht von der Wiesau, von den Sinnerbeten, jetzt sage ich hier, von der Wiesau, das ist ein Volk hier. Und wenn die Wiesau, das ist wie für die Anstrengung, wenn die Wiesau, die Attack war von der Wald, von der Bösefien, und dazu, wenn die Wiesau nicht bloß für uns beten, wie für all die Wiesau und Gott glaube, wie für die Beten. Wenn die Wiesau ein Krieg oder Taub, und wir machen Taub verweichgeln in Anstrengung einer Vernommen. Rheuma Kapitel 8, Vers 20. Und die Wiesau hat die Gäste uns an unsere Schwachheit, weil wir wollen nicht einmal, wo Wiesau reich beten soll. Sie sagt, wir wollen nicht nur, wo wir beten soll, in Wahrheit, in der Bibel sagt, Wiesau war das kleine Kinder, da ist dort Fert, und gerade in dem, wo sie dort hittet, wenn der Wiesau, wenn der Unkuchen macht, Tröbelst dort, gerade in dem, wo ausschuldigt sie dort hittet, wir geben denen schon dran. Und die kriege halt. Und war wie gerade so bei uns vor, und wir waren gut, und sei denn dort gerade in dem, wo die Kinder, dann waren wir dort da. Und dort kamen dort nach Nen, wenn wir falsch haben mit den Herrn und Jess, wenn die Tünger beten. Und wenn wir nicht wieder haben, wenn wir Tünger beten, sage ich der Bibel, dann sagt der Yes bet vor uns. Und wenn der Yes vor uns bett, dort gebet wurde nicht aufgemastet. Dort ist die einzige Gebete, wo wir nicht aufgemastet haben. Wenn dort der Herr und Jess, der bett dann vor uns, und dort konnte die Böse viel nicht mehr aufgemastet haben. So erfährt man, wie wir beide an uns sprachen, aber dann wird der Wieser für ein Kreis, wo er nicht mehr hat, wo er nicht mehr hat, wo er nicht mehr hat. Und wenn wir in Trommel beten, dann wird der nichts von von dem, wo er nicht kann. Dann hat er keine Idee. Und du behauptest, dass der Yes uns an unsere Schwachheit wird, wie wir heute nicht einmal bewiesen werden sollen. Aber der Yes bett vor uns mit der Sonne gefeuert, doch wir nicht wir dürfen nicht mehr haben. Das wird der Hell Yes aus. In der Bibel bett vor uns. Mark aus Kapitel 25. Du sagst nun, am Wort immer die Bede, geläuft dort die, dort treu, und die wollen dort haben. Weil wir bloß mal ein Gläub abschauen, und du am Bede, im Beruf Bede, kriegst du gerne und ich schrie dir nur, Jesus, ich will hier halt sein. Weil wir so ein Beruf und ich schrie, und ob wir es ganz klar haben, dann haben wir uns klar gesagt. Das habe ich gebet, und die Bibel sagt, das war ich krieg, und das lief ich nicht los. Hier bleibe ich gestohlen, das krieg ich. Und wenn wir dort waren, dann war ich krieg. Die Bibel verspricht uns das. Und die Bibel läuft nicht. Apostelgeschichte, feierverscheinendartig. Und wenn es so ein Gebet hat, schadet der Platz, wo es so tötengekommen wäre, und so wäre Ola voll von Heldengeist und predigt der Beruf siem Wurt. So, hier sage ich dir ganz klar, wo die so ein Töp gekümmt und ein Gebet haben. Und eigentlich nicht, dass da war, du bloß ab Stahl das Gebet haben, und du vielleicht hat Gott die Föschel. Ach, sieh mir sei an der Hand, du sei ein Lütt und sei ein Beruf Gebet. Und die Helle jetzt komm immer dort, und der Platz schadet, sage ich dort. Und der wird ein Beruf, den ich rütt und predigt. So, ich will haben, wie wir all das von dir auch tun. Wer, wer will Maya von den Heldengeist? Maya Bolness in vier. Amen. Was wird von dir auch tun? Und du, du brauchst, wie Brüweg. Und ich würde, Frau Steele würde in der Kunstnacht und Leute anmerken, vielleicht wirst du in der Background mit spiel. Und, äh, ich denke, du wirst auch. Und, äh, dann war wir, dann war wir abgestuhnen. Und, äh, dann war ich ihnen ein Gebetleiter. Die soll, äh, nur sein. Und, äh, über wer wir mit, 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 mit. Einen Punkt visst mich auf uns. Einmal ein Fokus an der Holy Spirit. Und, die fällt war mit den Heldengeist. Und die andere ist, wie wir gegen die Strongholds-Gune gekommen sind, wie uns lang. Wo ... Wir sollten uns darauf, aber, als wir zum Geschäft entonde�ieren, dass die bis jetzt mal vor an Krieg gehen. über ihr Spruch wieder viel von den Herren Gäste. Ich wollte mich hier mit ihr kenne, wo. Okay. Das ist Savoroi. Und ich war so ein bisschen Spalmärker und dann war... Wie könnt ihr das? Ich habe Feltens gedacht, wie soll man mit unserer Dauze-Rud-Kruppe und was wird von dir mal getan? Okay, ich wollte die beiden leiden in dieser Saal, dieser Saal, dieser Saal, dieser Saal, und was wird zu meinen, mit einer Lüden-Stamm. Vorher im Himmel. Ich frau die von dir. Und jetzt sie nun, come and baptize me, that I will walk by this power of the Holy Spirit, my the person I was my the person I was before I started praying let me be transformed let me let me be a different person let me be a different person as the apostles were shifted my I be shifted when your spirit comes up on man they became strong my I become strong father I want to represent you I do not want I do not want to walk with words that are empty that are powerless I want to walk with the power of the Holy Spirit your servant Paul said the kingdom of God is the kingdom of God is not in words it is in the spirit of power our faith should be on the power of God our faith should be on the power of God Lord I want to walk with power Lord I want to walk with power Father I want to walk with power of the Holy Spirit that is above powers that is above every device of the enemy that is above witchcraft and the name of Jesus Father help me baptize me with the fire of the Holy Spirit hallelujah let's just start praying in tongues or declare this is mine thank you Jesus lift your voice up and just pray out loud shout out to the Lord and he will answer he will give us the fire and power and do a prayer with your Yoda from the water and keep coming out the Lord good I said you happy for the oil with your которые were given a guest that weALK that you're out of hand that you are from the air you're out of the fire and that you're out of the air � where you are from now that you're out of the fire but for him of the Holy Spirit praise the fire of the Holy Spirit and flexible fall andwang dude lerin my ministries Fier von den Hellen, yes. Power von den Hellen, yes. Du hast nicht, wo den der Power last, because Jesus hat den und er hat uns die Mark geeft, den dies macht den Goen. Für wir danke dir für Jesus. Halleluja. Korre, bar, 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 schede, korre, bar, sie, kar, bar, schede, korre, desie. Thank you, Lord. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Amen. Wow, that's awesome. I can't, I can't just follow. Und wie war abstoene, und der Glaube war, und war Brüsehne, wie war amazing thing, I believe. Gott ist noch einmal wer der 2000 dort drehe wie. Und die Bibel sagt dort, dass er uns die Mark geeft, den dies die Mark und wir haben die Mark. Wir haben auch Fertig-Säune. Ich glaube, wir haben ein Testimonium hier. Wir können viele Dinge Kanzler, wo er so tun, drauf, Dinge an uns leben, uns vielleicht in Akzidenten tun oder verschiedenste Dinge. Gott wird uns immer, wenn wir harte waren, und wir begeistert sind, in wo er harte, Gott wird uns immer warnen, der uns immer sagen, hey, bete, wenn du hier in der Pfarst, schlug mir an, wer bete. Bete, dass wir nicht an Versiedlung fallen. und wir waren die Krähe, aber wir waren freu. Und haben wir in der Hohen, wo wir waren, wir waren und das war, wir, ich weiß, das sind wie Frauen, wir können lange die Fertig-Säule, somehow wir lernen, was können wir tun, dass wir diese Dinge machen, und wir haben, sind, wir sind, wir sind, in die Bede, und dann, wir haben, das erklärt, wir haben, wir haben uns Probleme, dass wir dankbar sind, oder krankheiten, wir haben, wir haben, Das ist diese Jungs zu der, wenn die Jungs zu vorbei kommen. Weil wir euch schrieen, und ich lüte es los, und er rüte es mich. Und das Wort für Lüte. Und, because der Power von den Helden, der ist an uns, so muss ich das ganz klar an der Bibel sagen, und wir haben die neue Fragen, und wir sieh. Okay, Heftchen hängen ab, und ich will Ihnen in die Bibel lernen, dann sieht die Bibel, und Lüte plus vor, wenn wir einmal die Träubel, sträubelt, waren wir dort rüht, und wir wollen frei sein. Für den Himmel. Wir danke dir für die Kraft, die du uns geeft hast. Und wie der schönste Jesus der Machen ging, die diese Machen zu gehen. Und kräg nie an Nomen von Jesus. Der Dräum von Spiritual Husbands. An Nomen von Jesus. Rüht. Im Vach. An Jesus in Nomen. Spirit of Delilah, in the mighty name of Jesus. I take authority over you right now. In Jesus name. You leave. Me. And my family. In the mighty name of Jesus. Right now. I divorce you. In Jesus mighty name. Spirit of Snake. In Jesus name. In Jesus mighty name. You leave me. You leave me. And my family. In the mighty name of Jesus. You have no authority over me. No. In the mighty name of Jesus. Spirit of Control. In Jesus name. I divorce me from you. In Jesus mighty name. Right now. Out. In the mighty name of Jesus. Spiritual Husbands. In Jesus name. Out and away from me. In Jesus name. I divorce you. In the mighty name of Jesus. Spiritual lives. In the mighty name of Jesus. I divorce you. In Jesus mighty name. Leave. Out. In Jesus name. Spirit of Confusion. In the mighty name of Jesus. Out. In Jesus name. Leave. I come against you. In the mighty name of Jesus. Fear. In Jesus name. Out. In the mighty name of Jesus. Leave. Right now. In Jesus name. In the mighty name of Jesus. Kor Reba Baba Sanda. Thank you Jesus. Hallelujah. Sickness. In the mighty name of Jesus. We come against you. You have no authority over me. You have no authority over my family. I stand up against you. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I declare. I declare. All demons. And all high power. In the mighty name of Jesus. We come against you. We destroy you right now. In Jesus name. Spirit of witchcraft. And the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We come against you right now. In Jesus name. You have no authority over me. You have no authority over my family. I declare freedom in Jesus mighty name. Let's start praying. Lift your voice up to the Lord. And declare. You have freedom. You are free. Thank you Jesus. Hallelujah. You are amazing. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We turn it around. There were results in unfolding. In the mighty name of Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Give the Lord a hand clap. Hallelujah. Thank you Jesus. Yeah. That's a weird act. Here you can't hold. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.